Zum nächsten Interpreten und eigentlich ist das Wort Brücke schon ein Stichwort für den nächsten Interpret, meine Damen und Herren. Er hat mit diesem Film, die Brücke, einen Welterfolg gehabt. Ob es die Goldene Leinwand, ob es Bambi, ob es Oskar war, alles hat er eingeheimst. Damals als 14-Jähriger, in der Zwischenzeit ein bisschen älter geworden, wenn er eben gerade sagte, das Licht geht aus. Der Barter sage ich, das Licht geht an. Für Volker Lechtenbrink, mit der Startnummer 6, der Titel, der Macher, die 6. Er ist ein Geber, er wird ihr was geben, was sie vorher selbst nicht gekahnt hat. Er ist ein Lehrer, er wird sie was lehren, was sie vorher selber nicht fand. Er ist ein Schmeichler, er wird ihr so schmeicheln, bis sie's glaubt, wie sehr er sie liebt. Denn er ist ein Nehmer, er wird, wo sie ist, immer da sein und nehmen, was sie ihm je gebt. Er ist ein Lieber, er ist ein Lieber, er wird mit ihr machen, was sie ihm gerade beliebt. Er ist ein Spieler, der sie wie die Dame beim Schach auf das nächste Feld schiebt. Er ist ein Schützer, er wird sie beschwatzen, bis sie alles glaubt, was er sagt. Denn er ist ein Führer und er wird sie verführen zu Dingen, die ich nie, ja niemals gewahrt. Er ist ein Macher, er wird ihr was vormachen, bis sie dann gar nichts mehr selber machen kann. Sie lässt ihn machen, denn sie ist ihm hörig, ist schon in seiner Wahl. Sie macht sich schon lange zu eigen, die Art, wie er denkt, um sich sonst geht. Dann macht er sich davon, nun hat sie dabei schon längst kaputt gemacht. Er ist ein Macher, er wird ihr was vormachen, bis sie dann gar nichts mehr selber machen kann. Sie lässt ihn machen, denn sie ist ihm hörig, ist schon in seiner Wahl. Dann macht er sich schon lange zu eigen, die Art, wie er denkt, um sich sonst geht. Dann macht er sich davon, nun hat sie dabei schon längst kaputt gemacht. Start Nummer 6, Volker Lechtenbrink, der Titel, der Macher.